Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal finde ich es ausgesprochen gut, dass wir an so prominenter Stelle über die Wurzeln der frühen Bundesrepublik reden, über Fragen von Kontinuität, personell und inhaltlich. Es ist das reife Zeichen einer gefestigten Demokratie, dass sie mit ihrer eigenen Vergangenheit souverän und auch durchaus selbstkritisch umgehen kann. Insofern finde ich, dass diese Form der Vergangenheitspolitik, um den Historiker Norbert Frey zu zitieren, für einen reifen Rechtsstaat die angemessene ist. Ich freue mich auch über die Gemeinsamkeit mit den Sozialdemokraten in dieser Frage. Es ist doch gut, wenn wir die Gemeinsamkeiten in solchen Themen besonders betonen, alle zeigen, dass es uns darum geht, uns diesen Kontinuitäten zu stellen und sie nicht nutzen, um uns gegenseitig zu bezichtigen, dass der eine das besser und der andere das schlechter macht. Es ist doch unstreitig, dass in der frühen Bundesrepublik eine erhebliche Kontinuität personell bestanden hat. Wo sollten auch all die Menschen gewesen sein, die zwischen 1933 und 1945 in der einen oder anderen Form mitgewirkt haben? Sie verschwanden nicht auf einmal, sondern sie waren natürlich an gewissen Stellen und haben die Kontinuität in Verwaltungen, auch Ministerien geprägt. Das ist unstreitig. Auch wir als Parteien haben natürlich Kontinuitäten. Meine Partei erforscht das gerade, dass es in Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen durchaus Ortsverbände gab, wo die Zahl an Nationalsozialisten besonders hoch war, wo es keine kritische Distanz gegeben hat. Das abzugrenzen von den Verfahren, wo sich Einzelne durchaus der Verantwortung ihrer Vergangenheit gestellt haben, sich integriert haben in das Gemeinwesen und die frühe Bundesrepublik, das ist Aufgabe historischer Forschung. Dem stellen sich Parteien, und zwar SPD, CDU, FDP, ich nehme auch an die Grünen. Insofern glaube ich, darum sollten wir uns nicht gegenseitig Dinge vorwerfen, sondern sollten diese geschichtlichen Tatbestände erforschen, zur Kenntnis nehmen und einordnen. Jetzt hat Herr Thierse schon gesagt, er hat einen Antrag vorgelegt, und dann gab es eine Anhörung. Diese Anhörung hatte die Frage zum Gegenstand, wie aus wissenschaftlicher Sicht gehen wir mit unserer Vergangenheit in der frühen Bundesrepublik umgehen. Dann war es interessant, dass die Sachverständigen, Herr Prof. Möller, Herr Prof. Stolleis beispielsweise uns empfohlen haben, einerseits den Aspekt, der in Cortes Rede im Vordergrund stand, die personelle Kontinuität zu untersuchen, und andererseits genau zu gucken, warum ist es der jungen Bundesrepublik gleichwohl gelungen, sich als Rechtsstaat zu etablieren. Warum hat es dieses Gemeinwesen vermocht, trotz bestehender Kontinuitäten im Einzelfall eben einen modernen Rechtsstaat heutiger Prägung aufzubauen. Welche Strategien hatten die einzelnen Beamten? Waren sie wirklich bereit, innerlich mitzuarbeiten am Aufbau eines demokratischen Rechtsstaats und einer sozialen Marktwirtschaft? Oder haben sie inhaltlich ihre Agenda zum Teil weiter verfolgt? Das sind Fragen, die genauer betrachtet werden und die uns interessieren müssen. Nicht das Zählen von Fliegenbeinen, dieses Ministerium hatte mehr als das andere, oder in dieser Behörde gab es mehr als in der anderen. Das sind Verständnisfragen, die uns über unser Selbstverständnis etwas aussagen und nicht reine quantitative Angaben. Offen gesagt ging es mir wie Herrn Thierse in der Rede. Es ist doch schon bezeichnend. Ich meine, Sie sagen, es gab keine personellen Kontinuitäten. Ich will mal erinnern an in höchsten Ämtern, haben Sie gesagt, in höchsten Ämtern. Dann frage ich Ihnen, welche Funktion hat ein stellvertretender Chefredakteur des Neuen Deutschlands? Welche Funktion hat denn beispielsweise ein Generalfeldmarschall Paulus in der DDR gehabt? Also natürlich gab es das und es gab auch andere... Ja, Entschuldigung, dann verwende ich es so. Es gab auch in höchsten Positionen solche Kontinuitäten. Und der sogenannte antifaschistische Staat, der sich zugute gehalten hat, da besonders rigide gewesen zu sein, war es bei Entschädigungen und bei anderen Dingen eben gerade nicht. Er hat eben gerade nicht sich dieser Geschichte historisch gestellt. Und das kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Es macht es nicht besser. Man versteht es nur besser, wenn man genauer hinguckt und Fragen stellt, die nicht davon geleitet sind, den einen oder den anderen anzuklagen. Ich finde, es ist an dieser Stelle auch notwendig, auf ein Wissenschaftsverständnis hinzuweisen. Die Grünen haben einen Antrag, und das trennt uns von Ihnen, in einem Punkt, der auf dem Ratschlag von Micha Brumlich basiert. Brumlich hat vorgeschlagen, es muss eine Art Stabsstelle zur staatlichen Erforschung der Geschichte der frühen Bundesrepublik geben. Alle anderen Sachverständigen von Hannah Arendt-Institut über Institut für Zeitgeschichte und Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte haben gesagt, unser Problem ist nicht, dass der Staat in einer Art historischen Auftragsforschung vorgehen soll, sondern unser Problem ist viel eher, dass die Historiker nicht den adäquaten Quellenzugang bekommen. Die Wissenschaft stellt die richtigen Fragen selbst, so Professor Stolleis oder auch Professor Möller. Und das ist ein Unterschied, ob wir als Politik die Fragen stellen, die wir für interessant halten, oder ob wir Zeithistorikern sagen, wir ermöglichen euch, eure Fragestellungen anhand des vorhandenen Quellenmaterials zu verfolgen. Ich glaube, aus diesem zweiten Verfahren kommt mehr historische Erkenntnis als aus dem brummlichen Ansatz, den ich in vielen Aspekten durchaus verstehe. Jetzt wurde uns vorgewerfen, wir würden nicht pauschal deklassifizieren. Aus unserem Ansatz entsteht eben die Frage, ich suche mir die Quellen, die ich haben will, die ich brauche, die ich sehen will. Und dann stelle ich einen Antrag auf Akteneinsicht und diesem Antrag muss dann im Einzelfall stattgegeben werden, wenn nicht ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse legitimerweise besteht. Ich glaube, wenn wir so vorgehen, kommen wir zu guten Ergebnissen. Meine Frage, die mich auch noch interessiert, ist, welchen Anteil hatte eigentlich das Bundesverfassungsgericht an dem Gelingen dieses Rechtsstaats? Es ist doch interessant, dass gerade Urteile wie das Lüturteil, aber auch wie durchaus das KPD-Verbotsurteil, aber auch das SAP-Verbotsurteil, wie das Starkmachen von subjektiven Grundrechten dazu beigetragen, der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit dazu beigetragen haben, dass dieser Staat gelungen ist. Und deswegen ist es richtig, dass der Rechtshistorikertag sagt, wir müssen verstehen lernen, was das Bundesverfassungsgericht in den Anfangsjahren seines Bestehens geurteilt hat. Dabei gilt es, Beratungsgeheimnisse zu schützen. Dabei gilt es, darauf zu achten, dass lebende Personen mit ihrem Datenschutz legitime Interessen haben. Aber wir wollen eben hineinschauen in diese frühen Akten. Und auch das beinhaltet unser Antrag, da kann man es nun nicht so machen wie die Linken, da sind wir ja zum Teil deckungsgleich, dass man dem Bundesverfassungsgericht als einem anderen obersten Verfassungsorgan diktiert, ihr müsst das so, so, so und so machen. Sondern wir machen es so, dass wir das Gespräch mit dem Gericht suchen, um zu zeigen, dass wir an seiner Aufarbeitung der Geschichte auch ein erhebliches Interesse haben. Das ist der notwendige Dialog zwischen obersten Verfassungsorganen und nicht das Dekret sozusagen von hiesiger Seite. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Viele Ministerien, ich nenne mal exemplarisch das BMJ, aber auch das Bundesministerium der Verteidigung beispielsweise, die haben sich diesen Fragestellungen schon sehr, sehr gut gestellt. Im BMJ ist eine hervorragende Arbeit im Moment geleistet. Und insofern finde ich, daran sollten wir weiterarbeiten, die Einigkeit der Demokraten weiter stärken, anstatt uns hier gegenseitig Vorwürfe zu machen, wer das wie in welcher Form gegebenenfalls vertuschen oder verkleistern will. Ich glaube, das ist die Vorgehensweise eines reifen Rechtsstaates, der wir zum Glück sind. Und insofern werbe ich für mehr Gemeinsamkeit der Erforschung der frühen Bundesrepublik. Vielen Dank.